so hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 meets reality einen schönen mittwoch wünsche ich euch und wir legen los oder machen weiter hier in unserem kleinen forstgebiet noch mal nur den traktor geradeaus die ganze maschinen die brauchen uns zu viel kraftstoff eltes muss ich ja nicht unbedingt machen wir werden jetzt hier noch ein paar kiefern fällen die werden wir wieder zur hackschnitzel verarbeiten und dann kommt hoffentlich bald der jürgen vorbei warte mal den herr richter wollte ich nur anrufen das gerade im gespräch dann ruf ich dir nachher an jetzt mit dem baum schon wieder los was ich mir dann auch noch demnächst besorgen muss ist so eine so eine stubenfräse also irgendwas für den boden um die ganzen baumstümpfe weg zu machen aber da muss ich warten bis dahin später wieder da dann entraste ich den hier auch noch gleich ich werde nachher probieren dass wir die bäume einfach komplett durch den häcksler jagen das heißt ich probieren im frontlader hinten drauf zu legen aufs förderband und dann hoffen wir mal dass das funktioniert dass ich die so reinkriege so 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 ich habe eine idee warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal ok google ab wie vielen jahren ist ein fahrzeug oldtimer doch dieses google ding ja hallo 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 sorry mein google redet gerade zwischen alles gut ja harry was los ähm 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 könnten wir dann mal zur ähm molkerei fahren hast du da interesse ja ok ich warte jetzt eigentlich gerade auf den jürgen ähm weil der muss hier bei mir was angucken und dann hätte ich zeit ok äh so wie machen wir denn das auf vier uhr vier uhr bei der molkerei ja ja können wir machen gut dann bis später jo bis später tschüss 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 ab wieviel jahren ist ein fahrzeug oldtimer laut autoscout 24 als youngtimer werden oftmals kfz und motorräder bezeichnet die mindestens 15 jahre aber nicht mehr als 30 jahre alt sind denn über 30 zählt das fahrzeug bereits offiziell zu den oldtimern so das ist gut weil dann interveniere ich mal hier gerade holen wir mal die polizei an wo ist sie denn ist die polizei gerade nicht besetzt doch hier jo so richter hallo hier ist polizei sindsteller richter hallo herr richter äh ich hätte da gerade eine frage zu ihnen ja äh sie wollten doch einen führerschein machen ja aber ich bin heute alleine von der polizei aus das ist sehr schlecht ach ok gut dann verschieben ich muss mal gucken ob ich ab beim nächsten mal wieder mit mehreren bin oder ob ich da auch noch alleine bin ok ne dann verschiebt mir das ok gut ja ich sag ihnen bescheid sofort bescheid wenn wir mit mehreren sind jo dann ihnen noch einen schönen Tag danke tschüss wo ist denn der zimmermann ist der zimmermann gerade nicht da ach so warte mal denn jürgen wollte ich ja noch auf den warte ich nämlich eigentlich hier wo bleibt der denn im in en in 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 Wenn der jetzt zu spät ist, dann kann ich nämlich meinen Termin mit dem Hachi auch nicht halten. So, dann nehmen wir mal der hier. Gut, der Hachsler läuft. Den stelle ich gerade mal ein bisschen auf die Seite, den anderen her. Was der mir hier nicht im Weg rumsteht. So, dann gehen wir mal. Jetzt muss ich das jetzt erst umdrehen. So, dann gehen wir jetzt die Bäumchen vorladen. So, dann gehen wir jetzt. So, dann gehen wir mal. Der Poltergabel ist auch ein bisschen kaputt. Das gibt es da nicht, ey. Jetzt muss ich gerade mal auf die Uhr gucken. 14 Uhr haben wir es, 16 Uhr wollte ich mit dem Harry treffen. Geht der rein? Ne, da müssen wir nochmal nachhelfen. Vielleicht kriege ich den von vorne einfach reingeschoben. Volker Waruna, hallo. Hallo Herr Waruna, wollte ich Sie auf den neuesten Stand bringen? Ja, sagen Sie an. Ja, mein Traktor ist jetzt nochmal für diese Woche zugelassen. Nur für diese Woche? Ja, dann ist ich fertig, dann darf ich ihn verschorten. Okay, ich habe vorhin eigentlich probiert Ihren Anwalt zu erreichen, der war aber nicht da. So. Weil ich habe schon geschaut, es ist tatsächlich so, ab 30 Jahren ist es ein Oldtimer. Ab 15 oder bis, also zwischen 15 und 30 ist es ein Youngtimer. Ah ja. Und von dem her, dürfen Sie den eigentlich in einem Stand? Und er hat gesagt, er hat gesagt, also ich habe gefragt, weil er zu laut ist. Er hat gesagt, unter anderem, dann sonst noch etwas. Dann hat er noch gesagt, dass der Traktor nicht beim TÜV gewesen wäre. Nicht der TÜV. Aber ich kann mich noch erinnern, ich habe den beim TÜV angemeldet, aber ich kann es auch nicht verstehen. Moin. Äh, Servus Jürgen, Moment, bin gerade noch am Telefon. Okay. Ja, aber wie gesagt, ich würde Ihrem Anwalt dann nochmal Bescheid geben. Ja. Ähm, weil das wäre mir jetzt neu, also normal ist dieses Fahrzeug noch zugelassen, also noch berechtigt. Wenn der TÜV, wenn da ein TÜV durchkommt, dann ist kein Problem. Äh, jo, passt dann. Leg ich auf. Tschö. Jo, tschüss. Moin. Jürgen. Jürgen, bist aber spät dran. Ja. Moment, ich mach mal gerade den Hacker aus. L-U halt, ne? Was? L-U halt. Wie L-U? Ja. Nix gebrauchen, die Pfeifen. Nee. Äh, so. Ich bräuchte hier ein bisschen Asphalt. Hier? Jo. Also ich bin noch ein bisschen dabei, ich muss hier noch ein bisschen was freiräumen. Aber ich bräuchte hier dann ein bisschen Asphalt. Okay. Ähm, da müsste man einen Termin machen, eventuell, dass du irgendwie zum Abstecken irgendwas mitbringst. Auch Kies? Ja, Kies können wir auch nehmen. Ja, mach, und kannst du Kies nehmen. Okay. Das ist eigentlich egal. Ja. Also ich muss hier halt ein bisschen Fahrschulgelände vorbereiten. Das heißt, wir brauchen hier ein paar Strecken, wo die Leute dann eben das Fahren lernen können. Mhm. Und deshalb müssen wir irgendwie einen Termin machen, dass wir uns hier treffen und du Zeug zum Markieren mitbringst. Mhm. Das kriegen wir hin. Jo, kriegen wir das diese Woche noch hin? Ähm, Ende dieser Woche, Anfang nächster bestimmt, ja. Okay. Gut. Uh. Ich brauche ein bisschen Energie. Okay, dann meldest du dich, ich habe jetzt um 16 Uhr noch einen Termin mit Harry bei der Molkerei. Mhm. Willst du da dann direkt dazukommen, weil der möchte das eventuell kaufen, dann könntest du es eventuell, je nachdem, auch gleich beim Grundbuch eintragen. Ja. Kann ich machen. Okay. Dann. Wie Uhr habt ihr den Termin? 16. 16 Uhr. Okay. Jo, passt. Okay. Gut. Dann, äh, bis später. Jo. Tschüss. 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 Gut, dann können wir hier weiter arbeiten. Vielleicht kriegt man ja da noch noch ein bisschen was hin, bis dahin. Zwei Stündchen habe ich ja noch. Zwei Stündchen. Zwei Stündchen. Zwei Stündchen ist wohl doch keine so gute Idee. Ich weiß gerade überhaupt nicht, ob es eine gute Idee ist, die am Stück da reinzuschieben. Ah, ich den Kühler. Also geht so eine. So. 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 So.